Ich freue mich. Oh, da steht plötzlich ein Doppel rum. Oh, da steht ein Doppel. Ein faules Doppelding. Ein faules Doppelding. So etwas von faules. Oh, der stinkt wieder. Der stinkt wieder. Das ist voll verschwitzt. Das feucht er. Wir haben auch gar nicht, um nichts zu machen, ehrlich gesagt. Wobei das schwierig ist, weil durch die Ablenkung fehlt er eben natürlich... Lila. ...auf den Kopf. Sechstes Länderspieltor, viertes mit dem Kopf. Wir haben aber noch mal... Bist du fuhl? Bist du fuhl? Bist du fuhl, Doppel? Bist du fuhl? Bist du fuhl? Bist du fuhl? Bist du fuhl? Du, die hier sind nur als Stinkfies. Da sind Sie stumpfies. ...und dann war eigentlich das zweite der Fall, Uwe Feuert hat noch mehr gekämpft, noch mehr Leute in den eigenen Strafraum gebracht und es gab kein Wettbewerb. Und natürlich wohl den, der dann relativ schnell zurückschreit wird, dass sie sieben Minuten später, 62. Spielminute in Betancourt, kriegt er den Ball von Peeper ganz schön serviert. Alle schreien auch bei uns, Spiel nach rechts. Fuhligante, äh, fuhlig, dackele ich das. Tschüss. Dacke kaputt. Dacke kaputt. Dacke kaputt. Dacke kaputt. Untertitelung des ZDF, 2020